es gilt noch für flimmernde items oder oder war noch was anderes ne auch so ganz leicht flimmernd wenn das nur so ganz kurz aufflimmert nicht durchgehend und angemalte teile von gewehr wo ja ja stimmt gibt es nicht alle das war ein kästchen so eine rasputin was okay hackt mich am arsch das ist ja gut dass wir es gefunden haben das andere small projector kit oh gott da habe ich glaube auch noch mal zwei die leuchten blinken nicht aber die sehen so aus wie wenn die blinken wirken aber die blinken nicht krieg ich auch mal raus ja gut das ist ja wenn das nur so dosen sind ist ja egal kannst du die also egal wenn du sie weg wirfst ist ja kein verlust das gilt noch für flimmernde items oder da ist ja gut dass wir es gefunden haben für das andere small projector kit oh gott da habe ich glaube auch noch mal zwei die leuchten blinken nicht aber die sehen so aus wie wenn die blinken wird aber die blinken nicht durch die auch mal raus ja gut das ist ja wenn das nur so das war ein kästchen so eine rasputin krass okay leckt mich am arsch also war noch was anderes ne auch so ganz leicht flimmernd wenn das nun sogar ganz kurz auf flimmert nicht durchgehend und angemalte teile von gewehr